Also, Oswald von Wolkenstein war sicherlich in England auch, nicht? Natürlich. Und da hat er natürlich Henry Purcell getroffen. Geht's ja nicht ganz aus. Und da haben sie gemeinsam ein Lied komponiert. Also, alles, was ich jetzt so, ist ein Blätsch. Das kennt man ja. Trotzdem singen wir ihn jetzt. Cold Song, Henry Purcell aus der Oper King Arthur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dankeschön.